Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Jetzt wird's Ernst. Mein Name ist Virginia Ernst. Mein Name ist Dorothea Ernst. Und im heutigen Podcast wird es darum gehen, um unsere Ängste und wie wir damit umgehen. Du hast ja schon in der letzten Folge erwähnt, dass wir aus diesem Thema eine Folge machen werden. Und ich kann ja sehr gut von meinen Ängsten reden. Aber ich will nicht mit mir beginnen. Wir beginnen wieder mal mit mir oder wie? Wieder mal. Nein, ich würde gerne mal wissen von dir, was für Ängste du hast. Also jetzt von allen Ängsten, die du hast, körperlich, also auch psychisch, was für Ängste hast du als Mensch? Wenn ich Ängste habe, habe ich glaube ich nicht diese typischen klassischen wie Angst vor Spinnen oder so. Also das habe ich nicht. Könnte ich schon wieder aufzeigen. Bei mir sind es glaube ich mehr diese tiefgründigeren Ängste, die man so hat, wenn überhaupt. Dann muss ich echt in mich gehen. Was sind tiefgründigere Ängste? Meinst du damit Verlust oder Existenzängste? Ja, ich glaube also Existenzängste habe ich sicherlich. Dieses Finanzielle. Da könnte ich auch ein Lied davon singen. Doch, die habe ich schon. Aber was genau? Ja, und ich glaube gerade seitdem ich Mama bin, auch Ängste, was mein Kind angeht oder meine Kinder. Egal was jetzt. Also das kann Verlust, das kann genauso, bin ich gut genug für meine Kinder, diese Art von Ängste. Ja, also nachdem wir jetzt mittlerweile Eltern sind, glaube ich, können da viele Eltern aufzeigen, weil diese Ängste sind ganz andere Ängste. Da ist alles andere wurscht. Wenn man ein Kind hat, hat man sein Leben lang wahrscheinlich Angst um dieses Kind, was passiert. Ja, dass es ihm gut geht, dass es nicht krank ist. Man will auch alles immer auf sich nehmen, nur um dem Kind irgendwie zu schonen oder wie sagt man, dass dem Kind halt nichts passiert. Eine Schutzblase, um das Kind herum zu geben. Ja, aber das kannst du halt auch nicht, weil schlussendlich muss dieses Kind halt auch erwachsen werden und seine eigenen Erfahrungen machen. Aber wie, inwiefern ist das eine Angst von dir? Wie äußert sich das? Also was ist die größte Angst dabei? Was wäre quasi die größte Angst, das passieren könnte? Also ich meine, logisch gesehen natürlich, dass dem Kind was passiert, aber wie gehst du damit um? Ja, was machst du dagegen? Wie lässt du es einfach stehen? Also ich glaube, die allergrößte Angst ist wirklich, dass ich mein Kind vielleicht irgendwie plötzlich verliere. Also verliere im Sinne von, dass es stirbt. Mit dem, da muss ich ehrlich zugeben, das kann ich nicht konfrontieren. Das will man auch nicht konfrontieren. Weil es halt einfach so schmerzhaft schon ist. Man merkt es ja auch, wenn man zum Beispiel Filme schaut oder sowas. Also ich kann mir mittlerweile keine Filme mehr anschauen, wo zum Beispiel ein Kind oder irgendwas verstirbt oder krank wird oder sowas geht nicht. Da muss ich abschalten. Da war ich früher, wäre das für mich kein Problem gewesen. Da hätte ich mir gedacht, gut, okay, das ist ein Film. Aber jetzt mittlerweile, seit wir Eltern sind, das ist ganz was anderes, weil du dir das einfach nicht vorstellen möchtest. Oder dass dein Kind krank wird oder solche Dinge. Also als Eltern gibt es da, die größte Angst ist, dass was mit den Kindern passiert. Ich glaube, da stellt man sich selbst halt einfach ganz, ganz, ganz weit hinten an. Also da geht es, sobald man Eltern ist, sind die eigenen Bedürfnisse dann eigentlich... Ganz nebensächlich, ja. Das ist nicht mehr wichtig, finde ich halt. Ja, das merken wir selber als Eltern schon. Aber hast du jetzt Ängste an sich, die dich quälen? Also man weiß, also ich weiß von mir, ich habe ja viel mehr Ängste, als du hast. Also du bist ja viel mehr hart im Nehmen. Ich habe ja so mehr oder weniger meine Schaden mitgetragen. Ja, und ich werde sie ja jetzt auch noch davon berichten, aber ich möchte mal wissen, was für Ängste du, unabhängig jetzt am, dass unserem Sohn oder unseren Kindern was passiert, aber für dich? Also du hast es vorhin schon angesprochen, die finanzielle Angst. Ja, also dass du einfach Angst hast, finanziell nicht... Aber es kommt so phasenweise. ...dastehst oder wie kann ich das verstehen? Ja, wobei, ich muss auch wieder sagen, wie gesagt, es kommt phasenweise, dass ich diese Ängste habe und dass es halt meistens, wenn es da halt vielleicht nicht so gut geht, wo du halt plötzlich alles in Frage stellst, doch kommen diese ganzen Ängste hoch. Also, dass ich so konstant irgendwie irgendeine Angst vor etwas habe, wäre mir jetzt so nicht bewusst. Aber wie gesagt, wenn ich zu viel Zeit zum Nachdenken habe, glaube ich habe vor allem Angst, dass ich es gerade rausbringe, vor allem Angst. Also vor vielen Dingen Angst. Nein, das glaube ich nicht. Also ich habe schon viel mehr Ängste. Ja, aber ich merke, ich merke schon sowohl, naja, wenn du trainierst, hast du viel Zeit zum Nachdenken und dann entwickelst du meistens deine Ängste. Ist dir das schon einmal aufgefallen? Ich habe sehr viel Zeit zum Nachdenken, ja das stimmt. Ich trainiere jeden Tag zwei Stunden. Genau, und diese zwei Stunden nimmst du her, um einfach viel nachzudenken. Und das habe ich dir ja damals auch gesagt, sobald ich zu viel Zeit habe. Aber Ängste zum Beispiel wie, ich habe eine absolute Spinnenphobie, ja, also du kannst mir, meinetwegen halte ich dir eine Schlange, ja, oder eine Ratte, ja. Aber eine Spinne geht gar nicht. Spinne, da paddelt es mich ab, ja, und da kriege ich, da stellt es mir alles auf. Und wir haben einen sehr, sehr guten Freund, der im Tiergarten Schimpbrun bei den Insekten dort arbeitet. Mit Reptilien, ja. Bei den Reptilien, ja. Und der hat uns einmal in sein Reich eingeladen und sogar meine kleine Nichte, die vier war, ja, oder drei damals, hat sich die Spinne auf die Hand setzen lassen. Und ich bin zwei Meter zurückgegangen. Die große Vogelspinne. Die große Vogelspinne. Ich kann mich an ihren Namen nicht erinnern, ja. Aber sogar die hat die Hand aufgehalten. Und meine Schwester ist jetzt auch nicht gerade die Spinnenliebhaberin, die hat eigentlich auch eine Spinnenphobie, aber sie hat sich getraut. Aber nicht einmal das habe ich zusammengebracht. Ich habe nicht einmal die Haut von dieser Spinne angreifen können. Ich war so kuschelig weich. Nein, das war einfach schier. Da könnte ich weinen. Da könnte ich wirklich weinen. Ich habe schon als Baby geweint vor Spinnen. Ich finde das so spannend. Ich kann das so überhaupt nicht nachvollziehen. Deswegen sage ich, ich habe, was das angeht, ich habe irgendwie, ich müsste echt einmal eine Zeit, glaube ich, so eine Woche in mich gehen und überlegen, welche Ängste ich habe. Gut, diese Folge führe ich, meine Damen und Herren, ich zähle auf, was für Ängste ich habe, was für psychische Schäden. Ja, ganz ehrlich, ich meine, wenn ich die Zeit habe oder wenn ich mich mit einem Thema wirklich auseinandersetze, intensiv, natürlich entwickle ich dann Ängste. So wie viel an Flugangst. Da kann ich mir jetzt alle Szenarien ausmalen, dann kriege ich auch Angst davor und denke mir, naja, jetzt überlege ich mir schon, ob ich in einen Flieger steige oder nicht. Aber genauso ist es beim Autofahren. Ich kann ja alles oder wurscht, ich könnte jetzt das Klo-Thema wieder hernehmen, wenn ich nur aufs Klo gehe. Aber weißt du, der Unterschied liegt darin, und das haben wir auch schon mal besprochen, weil ich bin in meinem Leben schon sehr oft geflogen. Ja, du auch, du warst ja Flugbegleitung und alles, aber es war für mich jedes Mal unangenehm. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich aufs Fliegen gefreut habe, ich habe zwar müssen und bin in einen Flieger gestiegen und nach unserer letzten Reise, muss man dazu sagen, das möchte ich kurz erzählen, weil wir sind nach L.A. geflogen 2018 und dort hatten wir eine Produktion. Und wir sind dort angekommen, da war gerade dieser, also eine Woche oder eineinhalb Wochen, bevor dieser ganz, ganz große Malibu-Brand ausgebrochen ist. Genau in dieser Zeit waren wir in Los Angeles und wir haben noch überlegt, hey, nehmen wir uns ein Airbnb oder ein Hotel in Malibu. Zum Glück war alles viel zu teuer, dass wir gesagt haben, wir nehmen uns dort was. Wir sind dann direkt nach Hollywood, haben uns dort was gesucht. Keine zwei Tage später war da der Himmel schon rot. Oder es war, so hat es angefangen, ich bin laufen gegangen und dann war so wie eine Gewitterwolke da oben. Und ich habe mir gedacht, hey, in Los Angeles regnet es, ja komisch, wird es heute gewittern. Und im Endeffekt war es dann so, dass er dann CNN berichtet hat, dass die Waldbrände so arg sind. Und dann waren wir einmal einkaserniert, weil dann hat es im Zoo, dort vis-à-vis, hat es auch schon gebrannt und dann ist der Himmel rot geworden. Also überall drumherum und wir konnten eigentlich außer L.E. statt nichts sehen. Gar nichts sehen. Und wir wollten sogar nach San Francisco, das konnten wir auch nicht, weil wir nicht weg durften. Las Vegas konnten wir auch nicht. Durften schon, aber es war schon alles gesperrt. Es war alles gesperrt, also wir haben sogar die Brände. Wir sind von einer Nebenstadt nach Los Angeles reingefahren, kann man sich erinnern. Und wir haben da so büschelweise Brände gesehen. Und wir haben gesagt, Alter, das haben wir in unserem Leben noch nie erlebt. Es wird immer wärmer, wärmer, dann fährt es durch und dann ganz, ganz schräg. Und wir waren ja wirklich dreieinhalb Wochen dort und das war in der zweiten Woche. Oder nein, ja, wir hatten dann noch zweieinhalb Wochen zu go und wir waren einkaserniert. Wir haben probiert, einen Flug zu bekommen, aber das ist alles in die Höhe geschossen. Somit haben wir uns dort dann einfach beschäftigt und sind da zweieinhalb Wochen umeinander gegurkt und sind dann nach Hause geflogen. Und jetzt komme ich aufs Wesentliche, weil wir sind in diesem Flugzeug stehen. Es war alles normal, es war alles gut und wir sind dann die Langstrecke zurückgeflogen und dann plötzlich, wenn du in einem Flugzeug sitzt und plötzlich wird die Stewardess hektisch, wirst du nervös. Und der neben mir hat einfach nicht aufgehört zu reden. Die ganze Zeit hat er mich, oder uns, der hat dich zugeredet. Ich bin in der Mitte zwischen euch zwei nämlich gesessen. Und erst wie die Stewardess dann hektisch worden ist, hat der aufgehört zu reden und haben wir halt dann geschaut, was passiert. Und da waren wir gerade, glaube ich, Richtung Holland. Also wir waren schon auf unserer Seite, also von unserer Küste. Und wir haben einfach nicht gewusst, was passiert oder was geschehen ist. Ist jetzt gekidnappt worden, was passiert? Brennt irgendwo was? Ich war fertig. Du bist ur-relaxed da drinnen gesessen und hast da gedacht, ja, passiert halt. Und ich habe wirklich Angst gehabt, weil ich nicht gewusst habe, wenn die Stewardess, weil du hältst dich an diese Stewardess. Und wenn du merkst, diese Stewardess wird plötzlich hektisch, dann ist irgendwas falsch. Und dann hat sie eh durchgesagt, ob es einen Arzt an Bord geht. Und das war eine Bombermaschine. Also das war eine riesengroße Jumbo. Glaube ich, da haben 400 Leute reinpasst. Eine Boeing war es. Eine Boeing. Boeing war es, genau. Und hatte ein älterer Herr einen Herzstillstand am Flugzeug. Und wir sind dann, weil normalerweise, weil sie haben dann gesagt, wir machen eine Notlandung. Und normalerweise fliegst du ja wirklich kontinuierlich eineinhalb Stunden runter, gemütlich, dass du halt dann gemütlich entlang kannst. Naja, eine Notlandung war es jetzt nicht unbedingt. Es war eine Notlandung. Es war, wie sie immer gesagt haben. Wir sind sehr schnell runtergegangen, eine Notlandung. Es war ein schreckliches Erlebnis. Ja, okay. Ja, ich meine, für den älteren Herrn natürlich noch schlimmer, aber der hat, glaube ich, überlebt, Gott sei Dank. Aber es war in der Situation schrecklich, weil du bist dort drinnen, hast keine Kontrolle drüber. Und da möchte ich auf das Thema zurückgreifen, wegen Auto und Flugzeug. Du hast, wenn du Auto fährst, hast du selber die Kontrolle. Da hast du noch für dich die Möglichkeit, also so sehe ich, ich fahre lieber Auto, weil ich fahre. Wenn ich aber jetzt in ein Flugzeug steige, gebe ich die Kontrolle ab. Und du kennst mich. Ich mag die Kontrolle nicht abgeben. Aber mich lässt du Auto fahren. Weil ich dir auch vertraue. Würdest du ein Flugzeug fliegen, würde ich dir auch vertrauen und würde mit dir im Cockpit sitzen. Das heißt, ich sollte, das ist jetzt schon so die Anspielung anscheinend, ich sollte den Pilotenschein machen, damit du mit mir fliehst. Uh, uh. Jetzt aber die Confusion. Ja, das heißt, ich mache die Pilotenausbildung. Das heißt, ich komme zum Reisen, viel zum Reisen und du kommst immer mit mir mit. Ja. Das ist eine gute Idee. Ja, da, siehst du, da kann ich abgeben. Aber das sind ja eigentlich die oberflächlichen Ängste, die ich in meinem Leben jetzt mittlerweile aufgebaut habe. Also, du hast ja in dem Sinne keine tiefgründigen Ängste. Ich denke mal, auch beim Fliegen, was ich in meiner Ausbildung alles für Videos und Fotos gesehen habe, also Brutals, die gehen ja nicht einmal an die Öffentlichkeit damit, müsste ich auch voll Angst haben. Aber das habe ich nicht, weil ich es halt abschalte. Weil ich mir denke, das ist ein Beispiel von Hunderttausenden. Weißt du, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt was passiert? Ja, aber wenn das dann passiert, hast du no chance. Ja, dann ist das halt das Schicksal. Aber ich glaube, es ist wurscht. Ich kann rausgehen auf die Straße, mir kann ein Ziegel auf den Schädel fallen und ich habe auch no chance. Das stimmt. Weißt du, ja, darüber diskutieren wir jedes Mal, aber ich wollte einfach nur kurz darüber berichten, dass ich mich rechtfertigen kann, warum ich mittlerweile, wenn eine Sture des hektisch wird, einfach nervös werde. Es ist ja nicht so, als würde ich nicht in einen Flieger steigen oder sowas. Nein, ich mache es ja trotzdem. Es gibt andere Ängste, die bei mir viel ausgeprägter sind. Die Spinephobie zum Beispiel, ja. Aber das sind ja die oberflächlichen Sachen. Ich rede ja vielmehr über die wirklichen, die dich dein Leben lang begleitet haben, Sachen. Wir haben es eh einmal in einem Podcast erwähnt. Ich habe ja eine Zeit lang, oder vor der Musik, habe ich auch sehr unter Panikattacken gelitten, wobei ich in diesem Zeitraum gar nicht gewusst habe, dass das eigentlich Panikattacken sind. Erst später, zu einem späteren Zeitpunkt, wusste ich, aha, das sind Panikattacken. Wie gehe ich jetzt damit um? Und das ist vielleicht für viele, die auch darunter laden, wichtig zu wissen, dass, das habe ich eh schon mal gesagt, dass diese Dinge rauszukommunizieren sind. Also, dass man darüber reden kann, dass man das nicht runterschlucken soll. Und das sind Ängste zum Beispiel, zum Beispiel Verlustängste, so wie wir es oder du bei der Familie hast, also aufs Kind bezogen zum Beispiel. Ich habe wahnsinnige Angst davor, dass ich zum Beispiel gewisse Dinge gar nicht erleben kann bei unserem Sohn. Also gar nicht, dass unserem Sohn was passiert, sondern eher davor, dass ich die Dinge mit ihm nicht erleben kann. Das sind Ängste von mir. Also, dass einfach den ersten Schul, die erste Schulzeit oder die Hochzeit oder keine Ahnung, dass mir was passiert, vor dem habe ich viel mehr Angst. Ja, ja, ich weiß schon. Weißt du, was du meinst? Ich glaube, wenn man darüber nachdenkt, dann habe ich das natürlich auch irgendwo. Trotzdem, ja, so wie wir manchmal über den Tod reden, ja, wenn ich dir erzähle, wie ich mein Begräbnis vielleicht haben möchte. Ja, das ist überhaupt... Und das würde ich zum Beispiel nicht wollen. Ich möchte das... Natürlich darf man traurig sein, keine Frage. Und jeder darf trauern, wie er möchte. Aber trotzdem würde ich mir viel mehr Begräbnis wünschen, dass das einfach eine Feier wird. Dass man... Jetzt musst du durch. Ja. Das musst du durchkonfrontieren, deine Angst. Ja, das ist... Nein, ich kann das Thema... Ich kann mich nur an eine Aussage von meiner Großmutter erinnern. Da waren meine Großeltern schon sicher 80 oder Ende 70, ja. Und ich habe als Kind irgendwann einmal irgendwas einmal gefragt, wegen einem Tod oder sowas, ja. Und meine Großmutter hat gesagt, na, 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 darüber rede ich nicht, darüber rede ich nicht. Also, es war... Es ist generell ein schweres Thema, glaube ich. Also, ich kann schwer dieses Thema anschauen. Vielleicht ist auch diese Angst deswegen da. Weißt du? Also, diese Angst, dass irgendwer oder irgendwas nicht mehr so ist, ja. Und das ist sicherlich einer meiner größten Ängste, ja. Oder dass ich Panik habe vor Krankheiten. Ja, ich meine, laut Google hätte ich schon alles, ja. Google würde ich schon gar nicht mehr leben. Aber wir haben herausgefunden, was das liegt. Das liegt darin, dass einige meiner Schwestern haben dieselben Symptome. Und das kommt ein wenig von meiner Mutter, weil meine Mutter auch ein, sag ich jetzt einmal, ein Hypochon, der irgendwo ist. Und wenn du das dein Leben lang mitbekommst, ja. Nimmst du das auch an? Nimmst du das auch an? Ja, da ist deine Familie sehr spannend. Sehr spannend, das ist ja lieber ausgedrückt, ja. Ja, es ist total lustig zu beobachten, weil da beginnt einer mit irgendeinem Symptom und plötzlich haben es alle so nacheinander. Ich habe Kopf, ich habe... Ja, ich auch, ich auch. Ich habe ein wahnsinniger Hypochon. Und wenn deine Mama irgendwas hat, dann hat das dein Vater erst recht? Nein, noch schlimmer. Ja, okay, noch schlimmer. Noch schlimmer. Und umgekehrt. Ja. Es ist total lustig. Also, ich habe dieses Leiden nicht. Nein, du hast es überhaupt nicht. Also, immer wenn ich dich irgendwie was frage oder sowas, schaust du mich immer total so, Regina, bitte, google es nicht, nein, google es nicht, bitte tu es nicht. Und zack, bumm, hab schon google und ich komme schon mit dem nächsten Symptom daher und sage, gehörst, ich habe Tast und Tasse. Es begleitet uns immer Tage. Es begleitet uns immer Tage. Ja, aber das ist... Ja, aber weißt du, ich bin lieber vorsichtig als nachsichtig. Weißt du, was ich meine? Also, ich bin... Ja, aber du kannst, du bist... Man kann so übervorsichtig sein und nicht einmal dann... Ja, aber ich glaube, das ist... Ich frage mich halt, ob man sich dann nicht gewisse Dinge auch so ein bisschen, auch gerade die Ängste so herholt. Natürlich. Und ich glaube, dass du sicherlich ein, so wie du mir gesagt hast, wenn du viel Zeit hast, so darüber nachzudenken, holst du dir viele Dinge her, weil da kannst du dich fertig machen mit den Dingen. Weil da denkst du darüber nach, dann denkst du über A, B, C, D und das geht dann so weiter. Und da schlussendlich endest vielleicht mit einer Panikattacke, ja, und weißt nicht mehr, was dir geschieht, ja. Und, ähm, aber um das dann aufzuklären, was wir dagegen tun, ich meine, du hattest sowas ja noch nicht, im Sinne von Ängste. Also, dass wirklich, dass du Angst vor etwas gehabt hast. Du bist immer sehr gechillt, ich kann mich auch erinnern, dass... Ich bin aber auch vom Typ, ich kann total Angst haben und keiner wird mir anmerken, dass ich total Angst habe. Was mir jetzt eingefallen ist, gerade als Kind, ich habe wahnsinnige Angst gehabt, mit fremden Leuten zu reden. Ah ja, das hast du mir schon einmal gesagt. Und warum? Ich kann es dir nicht sagen, woran es lag, ob irgendetwas vorgefallen ist, dann habe ich es verdrängt, keine Ahnung. Weil meine Eltern haben mir immer gesagt, ich war oh quatschig als Kind, also als Kleinkind. Ich kann es dir nicht sagen, wahnsinnige Angst vor Fremden auch. Also, das war für mich der Horror, gerade auch bei Freunden zu sein und dann waren die Eltern da, also Erwachsene vor allem. Und das hat sich erst gelegt, wie ich Flugbegleiterin wurde, eigentlich so richtig. Wo ich einfach... Fremdensaft, Salz und Pfeffer. Ja, wo ich mit Fremden auch reden musste, die mich, so wie du sagst, du hältst dich an die Stewardess. Das heißt, dein Auftreten muss irgendwo für die Leute, die das mitfliegen, sicher sein. Weil wenn ich hektisch werde, werden alle anderen auch hektisch. Ich halte mich auch immer an dich an. Wenn du gechillt bist, ist alles noch in Ordnung. Ich glaube, ich habe ein gutes Gefühl, wenn es wirklich brenzlig wird, dann merkst du auch, dass ich auch hektischer werde. Oder, komm, ruhig, erzähl die Geschichte. Nein, keine Geschichte, sondern immer, wenn ich irgendwas habe, frage ich dich, glaubst du, habe ich das? Und wenn du sagst, nein, ist alles wieder gut. Also, wenn du mir sagst, du, Ginny, das würde ich mir anschauen lassen, glaube ich, da würde mir die pumpen. Dann gebe ich mir das an, oh Gott, ich muss sofort mich kontrollieren lassen. In die Notaufnahme. Wenn du sagst, du, da ist nichts, das bringt mich runter. Also, wenn man jemanden hat, der dir wirklich Halt gibt in solchen Sachen, in solchen Situationen, in Angstsachen, dann halte ich mich da schon an dich an. Aber was ich trotzdem habe, ist zum Beispiel Bühnenangst. Das ist eine positive Angst auch wiederum. Ja, es ist positiv, ja, und trotzdem, du bist auch nervös. Wenn du auf die Bühne gehst, bist du auch nervös. Ja, aber es ist dieses Adrenalin, auch irgendwo, was so reinschießt, so diese Nervosität, aber eine gute Nervosität irgendwo. Es ist so, keine Ahnung, das ist was anderes, als wenn du wirklich Angst, Angst hast. Naja, es ist auch ein Unterschied, müsste ich jetzt vor 3.000 Leuten reden oder muss ich vor 3.000 Leuten singen? Ich glaube, es ist auch wiederum, was du kannst, oder was meinst du? Nein, wie du dir das herholst, weil du kannst dir die Angst total intensiv einreden, ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst, dann hast du auch wahnsinnige Angst. Wenn du aber da draußen sagst, das sind Leute, die sind so wie ich. Also, das funktioniert bei mir nicht. Echt nicht? Mir sagen Leute, ja, stell dir alle nackt vor, ich meine, das war früher, stell dir alle nackt vor, das geht, das kann ich auch nicht. Nein, das kann ich auch nicht, aber einfach, sie dir nicht so, warum hat man Angst dann? Also, warum hast du Angst, dann vor diesen Leuten zu sprechen oder zu singen? Was ist diese wirkliche Angst dahinter? Zu versagen, dich zu versingen, zu verreden? Bei mir ist es wirklich die Angst, dass die Angst sichtbar ist. Also, vom Singen, das ist mittlerweile, ich meine, ich bin ja wirklich auf die Bühne gestoßen worden, 2014. Und was ich da schon drei Wochen vor einem Auftritt, war ich schon nervös, ich habe mich fertig gemacht, ich habe gesagt, ich mache das nicht, ich will es nicht. Und jetzt mittlerweile ist dieser Zeitspann einfach kürzer geworden, jetzt bin ich halt zehn Minuten davor halt nervös, keine drei Wochen mehr. Aber es ist trotzdem noch, Situationen sind trotzdem noch zeitweise sehr, sehr unangenehm. Also, wenn ich bedenke, dass ich jetzt vor Leuten reden müsste, ganz alleine, volle Partie, glaube ich, wäre ich nicht so kompetent, als würde ich singen. Da wäre ich viel nervöser und trotzdem mache ich es. Aber ich finde es einen Unterschied, ob du Angst hast oder ob du nervös bist. Nein, es ist beides, es ist beides. Man kann es dann in dem Moment gar nicht rauskristallisieren, weil Nervosität, eine positive Nervosität, es ist beides. Es ist nicht nur, ich will das endlich machen, ich freue mich so, sondern nein, ich habe mich jetzt wie Urangst, bitte, lass es einfach mal vorübergehen. Ja, aber man muss ja irgendwie irgendwas mitspielen, irgendeine Angst davor zu versagen, irgendwas Negatives ja auch. Wahrscheinlich ist, ich habe Referate in der Schule gehasst. Na gut, die habe ich auch. Ja, aber jeder mag keine, oder vor der Klasse zu reden. Ja, ich war nie, sage ich jetzt einmal, ein Mittelpunkt. Ich wollte auch nie wirklich im Mittelpunkt stehen und plötzlich sind da alle Augen auf dich gerichtet. Und dann hat es irgendwann geheißen, ja, Virginia, warum bist du denn so nervös? Du bist ja auch aufs Eis gegangen. Ja, das ist ein Unterschied. Du hast da fünf andere Mitspielerinnen und jetzt gehst du auf die Bühne und bist ganz alleine. Kannst dich nicht einmal anhalten an irgendwas, nicht einmal vergeiden. Weißt du, schon allein, wenn ich die Sonnenbrille aufhabe, geht es ein bisschen besser. Deswegen hast du immer die Sonnenbrille auf. Nein, also indoor nicht, ja. Aber nein, wie gesagt, man lernt wirklich mit den Dingen umzugehen und die Zeitspanne wird kürzer. Aber wenn viele fragen zum Beispiel, was mache ich gegen Nervosität, was hilft mir, ich nehme zum Beispiel Bachblüten. Bachblüten helfen super bei mir, das ist so, ja, ein, zwei Mal davor. Flaschallweise. Aber ich habe zum Beispiel nie Alkohol davor getrunken. Bachblüten sind eh auch nur mit Alkohol. So 90 Prozent. Nein, aber viele trinken auch was davor und sagen, nein, ich muss lockerer werden. Es ist. Ja, aber es entspannt. Es entspannt, natürlich. Ich glaube, einmal war das, wo nichts kommuniziert worden ist, dass ich auf die Bühne komme und ich habe halt davor ein, zwei Glas antrunken und da war ich tiefenentspannt. Also ich verstehe einerseits, warum man vor solchen Aktionen was trinkt, andererseits würde ich das nie tun, weil da passieren einfach andere Dinge. Und das will ich mir gar nicht einbildern. Du hast die Kontrolle nicht mehr so drüber. Du hast die Kontrolle nicht mehr drüber. Also das ist der falsche Weg, um das zu überwinden. Ich habe daraus gelernt, dass ich diese Dinge, weil ich oft genug gesagt habe, ich gehe da jetzt nicht raus. Ich mache das nicht. Ja, und meine Mutter machte mein Management und die hat gesagt, Virginia, du gehst da jetzt raus. Und ich habe gesagt, nein, ich mache das jetzt nicht. Du, in unserer Anfangszeit kann ich mich auch noch gut erinnern, da warst du auch noch in dieser Phase drinnen. Echt? Mhm. Was habe ich da, wo waren wir da, was haben wir gemacht? Du, diverse Konzerte. Wirklich? Ja, hast du auch noch gehabt. Dann haben wir dich sehr gut durchgeboxt, deine Mama und ich. Mhm. Aber jedes Mal, ich habe zwar oft genug gesagt, ich mache es nicht, ich bin aber trotzdem nicht mehr auf der Bühne gestanden. Und bin dieser Angst entgegengekommen und bin sie durchgegangen. Ja, weil du dann den Erfolg gesehen hast. Genau, und dann hast du diese Endorphine. Mhm. Ja. Also das ist einer meiner größten Ängste wirklich, eigentlich, dass ich Angst habe vor der Angst. Irgendwie, irgendwo. Ich kann mich an ein Erlebnis erinnern, Maria, an ein Erlebnis erinnern, da war ich ganz frisch in diesem Business drinnen und vor jedem aufgezeichneten kleinen Kamerainterview war ich schweißgebadet. Ich habe wirklich, mein Puls ist sehr erhöht gewesen. Ja, und da war ich einmal bei Ö3, also beim österreichischen größten Radiosender und wir haben in der Früh, da war ich ganz frisch, da war ich gerade mit einer Single oder zwei Single draußen, hatte ich null Erfahrung. Ja, und da war Weihnachten und wir mussten mit Kindern, und ich habe das mit meinen Eishockey-Kids damals, Weihnachtslieder singen. Live. Ja, hört sich jetzt nicht so schlimm an. Ja, aber wenn du weißt, du sitzt dort um sieben in der Früh, ist die Hauptshow, ja, also dieses Wecker-Team und du sitzt dort und dir hört gerade ganz Österreich zu, wie du singst und du sitzt und du kannst dich nicht einmal bewegen, weil ich bin ein Mensch, ich muss dann, muss diese Nervosität rausbringen, ja, dass ich mich bewege, das heißt jetzt nicht, dass ich... Okay, warte, fassen wir zusammen, Brille, Bewegung. Nein, ich bin dort nackt gesessen, nackt bin ich dort gesessen und ich habe das durchgezogen und ich habe gemerkt, wie plötzlich mein Oberschenkel so angefangen hat zu zittern. Mein Graslof ist runtergefallen, da bin ich dann bei Kindersingen gekriegt, leise riecht das Schnee und ich habe gezittert. Ich habe so Angst gehabt, ja, ich habe mir gedacht, was singt ich jetzt, ja, nicht, ja, was passiert da gerade? Und ich konnte mich dann nicht mehr auf diesen Gesangspart, ich habe automatisch, automatisch, glaube ich, einfach gesungen, ja, einfach im Kopf war ich die ganze Zeit, oh mein Gott, mein Bad sieht, ich muss jetzt aufhören, ich stehe jetzt auf, ich stehe jetzt auf und gehe, ja, und du denkst dir dann auch schon so, oh mein Gott, ich stehe jetzt auf und gehe da raus, ja, und ich bin dann rausgegangen und das Erste, was eine Managerin von mir gesagt hat, na, na gut, du bist so karsig, nach Nase riecht das Schnee, weißt du, und das sind so Erfahrungen, die verdrängst du dann in diesem Business, ja, aber da gibt es unzählige Erfahrungen, wo ich dann plötzlich mit dem Mikro gestanden bin und das hat dann so geschäbert, ja, also das sind, da werde ich einfach in manchen Situationen schon noch sehr, sehr nervös. Du hast es gesagt, naja, also wenn es um Interviews oder so geht, da wäre ich schon ein bisschen nervös, aber das sage ich dir immer, weil einfach diese Angst da ist, etwas nicht beantworten zu können, was derjenige, der mir die Frage stellt, ja, dass ich dann komplett so, hä, aber da gibt es, haha, Nandit, das erwähnen wir nicht. Nein, wir sagen ja nicht. Okay, gut, wir reden offen drüber. Wir sind gerade auf der Couch der Offenbarungen. Liveball 2017, wir sind eingeladen worden und sind dann über den Red Carpet gegangen und wir waren als Interview eingebucht und es hat geheißen, dass wir das fünfte oder sechste Paar sind, somit haben wir auch ein, zwei Aperol getrunken gehabt in der Zeit. Nein, eines muss ich dich korrigieren, nicht wir haben ein Interview, du hattest ein Interview. Ich hatte ein Interview. Virginia Ernst hatte nur ein Interview und das war überhaupt nicht die Rede, dass ich irgendwie ein Interview hätte. Wir sind dort hingefahren, ich weiß nicht, glaube ich, das war eine Limousine, ich weiß es nicht, irgendwas hat uns dort hingefahren, wir sind ausgestiegen und dann hat uns gleich einmal der ORF-Typ hergeholt und gesagt, Virginia, ihr seid gleich die Ersten. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, ich muss auch ganz schnell raus, nüchtern. Wir haben kurz davor noch was trunken gehabt, weil ich dachte, wir sind erst in ein, zwei Stunden dran und dann haben wir das allererste Interview gehabt und ich bin da gestanden und er ist gleich neben mir gestanden. Man muss sich das so vorstellen, es ist wahnsinnig laut am Liveball. Also du hörst wirklich, auch wenn du neben mir stehst, höre ich dich kaum. Laut und drumherum waren die ganzen Leute, die halt zuschauen. Genau, genau. Und du hast mitten am Red Carpet, hast du das Interview geführt, ich habe keine Ahnung mehr, was er mich gefragt hat, aber du bist rechts vor mir gestanden und eher links. Es war ja so eigentlich, dass ich gesagt habe, ich nehme alle Jacken und ich stelle mich dann nach hinten und du konntest gar nicht so schnell schauen, bin ich plötzlich vor der Kamera gestanden. Es ist richtig schon eingeschaut gewesen und sie ist nur noch vor der Kamera gestanden. Ich habe nichts gehört, ich habe dich nicht gehört, ich habe den Moderator, also den nicht gehört. Natürlich, ja, zu einem, ja, der hätte mich alles fragen können, zu dem Zeitpunkt, ich habe nichts verstanden. Nein, du hast wirklich nichts verstanden, ich habe es so gemerkt, dass ich so geschaut habe und dachte, bitte, sage einfach so, ja, ja, weil er hat mich irgendwas gefragt und er hat dann zu dir über mich. Ja, natürlich, ja, natürlich, voll besoffen, dann zum Schluss, was hat er gefragt? Und das Schlimme ist, dieses Video gibt es auf diesen schönen Plattformen wie YouTube. Also, es werden jetzt sicher, viele wieder kugeln, wieder kugeln, wird schön ernst dort, ernst liveball, 2017, ja, das ist die Story dazu. Ja, aber es gibt noch eine Schlimmere, aber die gibt es zum Glück nirgendwo, irgendwo, auf irgendeiner Plattform, wahrscheinlich hat es der ORF in seinem Archiv. Aber der hat das eben genau, weil es so schlimm war, nicht? Ich habe kein Talent für Interviews, einfach nicht, nein, nein. Wir waren eingeladen bei Woman of the Year, ich glaube, das war auch, ich glaube, alles. Im Rathaus war das. Ja, 2017 war das. Auch im Rathaus, schaut, das hat was mit dem Rathaus zu tun, weil Liveball war auch Rathaus. Ja, das stimmt, aber wir sind dort hin und da war auch wieder ein Red Carpet und dann… Ich wollte schon nämlich die andere Richtung gehen, damit ich eben nicht über diesen Red Carpet gehe, weil dort eben alle gestanden sind mit Kamer und so. Aber ich habe dich hergeholt, da waren wir gerade eigentlich frisch verheiratet, glaube ich. Ja, mitgehangen, mitgefangen. Genau, und ich bin hergelotzt worden vom ORF zum Interview und er hat mich halt Fragen gefragt über, über, ja, Frauentag und Woman of the Year und dann kam die Frage an die Dorothea. Liebe Dorothea, warum ist deine Frau die Frau des Jahres? Warum empfindest du das deine Frau des Jahres? Irgendwas hat er da gefragt, ich weiß es nicht mehr. Wer ist für dich die Frau des Jahres? Wer ist für dich die Frau des Jahres? Ich bin, man muss dazu sagen, ich bin eh schon abseits gestanden, damit sie gar nicht die Möglichkeit hätten, mich zu interviewen, weil ich kenne diese Situation schon, manchmal kommt sie einfach, überkommt sie, dass sie mich auch interviewen. Ich stehe halt so ein bisschen abseits und schaue mir halt die Kleider der ganzen Damen an, wie toll die nicht sind und war halt voll in meiner Welt. Mit einer Bubble. Und dann kam diese Frage und ich war so überfordert mit dieser Frage. Du hast nur gesagt, meine Frau ist meine Frau, weil sie meine Ehefrau, Frau, Frau, ich weiß nicht, wie viel Frau ich da in meinem Satz verwendet habe. Die Frau des Jahres ist meine Frau, weil sie meine Ehefrau, die Frau des Jahres ist meine Ehefrau, ich habe gedacht, ich sterbe jetzt. Du bist immer leer zu mir gekommen, hast mich gehalten und er ist immer weiter weg mit mir gekommen. Er hat uns beide dann nur den Satz ganz schief und dann geschaut und hat sich gedacht, okay, ich bin versunken, weißt du, deswegen mache ich keine Interviews. Ach Gott, aber das werde ich nicht vergessen. Also merkt euch den Satz. Die Frau des Jahres ist meine Frau, weil sie meine Frau, Frau, Frau ist also meine Frau, Ehefrau. Alter, das war echt lustig. Ich sage ja, das Ländlich. Aber trotzdem, du hast dich trotzdem keine Angst entwickelt daraus, sage ich jetzt einmal. Habe ich bis heute irgendwelche Interviews so gegeben? Nein, jetzt nicht so, aber... Jetzt weiß jeder Bescheid. Aber von uns beiden bin sicherlich ich diejenige, die auf solche Sachen viel mehr reagiert, als du das bist. Also du bist... Du bist Geübterin, ich kenne die Situation gar nicht. Von dem rede ich gar nicht. Ich rede von den Ängsten. Also ich bin viel mehr geprägt, als du das bist. Ach so, meinst du? Also ich habe sicherlich viel mehr Leiden, als du jemals haben wirst. Aber ich hatte das im Sport zum Beispiel gar nie. Das hat sich alles erst entwickelt, seit ich auf der Bühne bin. Ja, aber wie gesagt, es ist immer das, was du daraus machst. Du kannst dich in etwas megamäßig hineinsteigern und daraus quasi diese Angst entwickeln, dieses Problem entwickeln. Oder du sagst halt, ja, eine Lebenserfahrung bringt mich weiter und ja. Was ich mittlerweile tue, ist schon die Dinge so annehmen, wie sie sind, weil umso mehr du sie abblockst. Aber da rede ich jetzt nicht von einer Spinnenphobie, weil die habe ich trotzdem. Aber ich rede von den Dingen, die halt, die irgendwo Angst machen, nehme ich die an, ich schaue sie mir an und lasse sie auch irgendwie durch. Also ich stelle jetzt nichts dagegen, weil wenn du etwas dagegen stellst, kommt es ja nur noch viel stärker zurück. Also so äußern sich ja dann auch im Endeffekt die Panikattacken. Wenn du etwas so gar nicht, gar nicht willst und willst haben, das geht weg, das muss weg, das muss weg, dann stellst du etwas dagegen und umso stärker kommt es dann zurück. Und wenn bei mir sowas auftaucht, nehme ich es an, sage, okay, chill. Angst, chill amal. Ja, chill amal, ja. Ich schaue es mir an, was ist die Situation, was ist vorgefallen und dann lasse ich die durch. Es sind verschiedene, es sind einfach, ja, weil ich die Spucke da drinnen gehabt habe, ich habe es nicht gemerkt. Da denke ich an unseren Sohn, quack, 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 der kann mittlerweile den ganzen Zoo schon und die Tiere. Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht, was ich sagen muss. Nein, es sind auf verschiedene Lebensaspekte Ängste kannst du grundsätzlich immer haben. Aber du darfst nicht, was ich auch gelernt habe oder was wir gelernt haben, in der Angst ständig leben. Sonst bist du die ganze Zeit begleitet von dem und wirst die ganze Zeit eingeschüchtert sein. Und deshalb habe ich dir auch gewisse Dinge angeboten, die wir machen können. Step by Step, ja. Lerne den Pilotenschein. Ja, genau. Lerne den Pilotenschein und dann fliegen wir. Nein, aber ich habe auch schon so viel erlebt in meinem Leben, dass natürlich einiges im Kopf einfach bei mir auch passiert und ich auch sehr, sehr sensibel auf Sachen einfach reagiere. Ja, aber wie gesagt, da gehe ich anders mit diesen Sachen um. Auch wenn man jetzt ganz klassisch diese Angst vor dem Reden vor Leuten hernimmt. Und ich hatte das früher auch, gerade bei Referaten. Ja, diese Angst vor dieser Klasse zu reden, obwohl du jeden Einzelnen kennst eigentlich. Ja, also es sind ja nicht einmal Fremde. Und da habe ich mir dann gerade, umso älter ich geworden bin, habe ich halt dann gesagt, das sind genauso Leute, wie ich es bin. Auch die Lehrer. Früher habe ich sie mir immer so auf einen riesen Stockerl gestellt, dass die ja allwissend sind und mich beurteilen können. Und schlussendlich sind das aber genauso Leute, wie du es bist, wie ich es bin. Und so habe ich halt auch meine Ängste sicher auch überwunden. Dass man nervös ist, ist eh klar. Ja, im Endeffekt kommt es dann eh, dass du dann diese Endorphine hast, Glücksmomente. Also das ist auch der Grund, warum ich das dann auch tue. Weil ich würde mich ärgern, würde ich jetzt sagen, nein, ich mache das nicht, dann würde ich mich ärgern, dass ich es nicht gemacht habe. Ja, und das war schon an vielen Situationen, wo ich gesagt habe, ich will das nicht machen. Aber ich habe es dann schlussendlich gemacht, weil ich gewusst habe, ich schaffe es trotzdem irgendwie. Irgendwie, da muss ich so viel Vertrauen in mich selbst haben, dass ich es trotzdem irgendwie schaffe. Aber es sind verschiedene Ängste auf verschiedene Situationen in deinem Leben. Da reden wir von Ängsten vor Tieren zum Beispiel. Das ist ja nicht gleichzustellen zu der Angst, die man hat auf der Bühne. Oder zu der Angst, wenn du Angst hast um dein Kind. Angst, finde ich, ist ja auch sehr vielseitig. Und manche verwechseln dann das Ganze eben so, wie du sagst, mit Nervosität, mit vielleicht auch Respekt. Aber gibt es irgendwie, glaubst du, wenn man diese Ängste, es muss ja irgendwo einen Zusammenhang geben, was dann irgendwie einen wieder, also keine Angst haben lässt. Was wäre das für dich? Einen Zusammenhang? Naja, wie gesagt, ich denke mir halt, auch bei den Spinnen, diese Spinne hat viel mehr Angst vor mir, als ich eigentlich vor ihr. Das, wie sie ausschaut, finde ich vielleicht jetzt nicht schön oder finde ich gruselig, das lässt mich schadern. Aber du musst dir immer denken, dass du eigentlich dem viel größer gewachsen bist, als die Situation selbst. Hat bis dato bei mir noch nie geholfen. Auch wenn ich weiß, dass ich mehr Arme spinne, viel mehr Angst vor mir, als ich. Aber das ist so wie beim Elefanten. Ich habe einfach viel mehr Angst. Vom Elefanten? Nein, so Maus und Elefant. Ach so. Da gibt es immer diese Zeichentricksachen, wo der Elefant da drauf springt vor der Maus. Also, da kannst du mich nicht haben. Also, das ist wirklich, das wäre eine Riesenüberwindung für mich. Ich glaube, wichtig wäre halt auch einmal loszulassen und sich darauf einzulassen, dass du diese Angst auch loslässt. Weil du glaubst, nur durch diese Angst, da hältst du dich fest und sie gibt dir irgendwo Sicherheit, diese Angst. Aber das tut sie ja nicht. Loslassen können. Loslassen. Also, ein bisschen Vertrauen in dich, dass da eigentlich nichts Schlimmes passieren kann. Zum Beispiel, ja. Weil auch die Ängste, die du bei deinen Kindern hast. Ja, du hast diese Ängste, aber schlussendlich musst du vertrauen. Musst du vertrauen und sie auch loslassen, diese Angst. Weil sie müssen ja lernen. Du schränkst ja dadurch nur deine Kinder ein. In der Entwicklung, ja. Also, du musst halt irgendwo weiterdenken, was sind die Folgen mit diesen Ängsten auch. Tut es dem anderen gut oder nicht? Ich denke mir nur, wenn wir so unser Kind jetzt in der Entwicklung einschränken und ihm ständig quasi Sicherheit geben. Wenn er, keine Ahnung, das hundertstausendste Mal auf den Kasten rauf geht. Ich meine, tut er jetzt nicht, aber beispielsweise. Und wir fangen ihn jedes Mal auf. Dann wird er immer glauben, es steht jemand da und fängt ihn auf. Aber nächstes Mal lassen wir ihn fallen oder was? Nein, aber er wird nie checken, dass das nicht gut ist. Er wird immer sich denken, ah, da wird wahrscheinlich eh immer wer da sein. Aber einfach, man muss die Entwicklung der Kinder irgendwo unterstützen und sie nicht einschränken. Das ist jetzt unsere Meinung. Ich glaube, es ist so eine gute Gratwanderung. Wo greife ich ein? Wo lasse ich los? Da bist du auch definitiv besser als ich, ja. Ja, wie gesagt, ich habe einfach schon so viel erlebt in meinem Leben, dass ich das einfach sehr viel mitgenommen habe. So wie ich das sage, es kann immer was sein. Immer. Ja, eh. Und ich denke ja auch an diese schlimmsten Szenarien. Ja, aber die denke ich gar nicht. Also die hole ich mir gar nicht her. Wenn ich sie mir herhole, natürlich. Wenn ich, weiß nicht. Mein Wunsch war es immer, Bungee Jumpen zu gehen. Never ever. Damals, wie ich in Neuseeland war, wollte ich unbedingt Bungee Jumpen, habe es nie gemacht. Schlussendlich war ich dann mit so vielen Infos eigentlich konfrontiert, wo dort dieses Seil gerissen ist, wo da wer rumgekommen ist. Ja, irgendwann habe ich dann gesagt, okay, vielleicht mache ich es doch nicht. Weißt du, weißt du, da in der Zeit, wo ich es machen wollte, sind plötzlich so viele Sachen passiert, wo ich dann gesagt habe, okay, vielleicht soll es nicht sein. Dann ist es für mich auch in Ordnung. Dann mache ich das halt nicht nur für diesen Adrenalinkick. Ja. Holst du in der Wormers auch gerne. Das denke ich mir halt auch. Ich bin so oft auf der Bühne und mache so viele Adrenalinsachen. Dass das reicht. Ich brauche dann nicht noch Hochschaubahn fahren oder Bungee Jumpen gehen oder was auch immer da alles gibt. Klettern. Ich meine, Klettern ist jetzt aber auf den höchsten Berg oder sowas. Das denke ich mir, das reicht jetzt einmal. Also ich gehe auf die Bühne, ich habe einen Adrenalinkick, aber mich jetzt selbst in Gefahr zu bringen und, das muss man auch dazu erwähnen, umso älter du wirst, umso schlimmer wird es. Ja, weil du generell vorsichtiger wirst oder du denkst mehr über die Dinge nach. Ja, früher habe ich das nicht. Früher habe ich überhaupt nicht darüber nachgedacht, was könnte die Konsequenz daraus sein. Da habe ich mir nichts geschissen. Da habe ich auch alles gemacht. Ich meine, Bungee Jumping hätte ich wahrscheinlich trotzdem nicht gemacht, weil ich einfach Höhenangst habe, zur nächsten Angst. Manche brauchen diesen Adrenalinkick, um sich zu spüren. Ja, aber da hatte ich ja wiederum den Sport, die Bühne. Also das ist quasi das, wo ich mich spüre. Deshalb brauche ich das alles anderen nicht wirklich. Aber mein Bruder geht wahnsinnig gerne, wie heißt das, eh? Barschampen? Nein, das andere. Paraglaten? Ja, Paraglaten und mit dem Fallschirm das, bitte. Fallschirmspringen. Fallschirmspringen, danke schön. Mit dem Fallschirm. Also, ja, verstehe ich nicht, aber er macht es halt gerne. Weißt du, das ist halt jeder das Seine. Er versteht wahrscheinlich auch nicht, warum ich die Bühne überhaupt mache. Beispiel. Aber im Großen und Ganzen, so wie du schon gesagt hast, man muss gewisse Dinge vielleicht loslassen können. Und vielleicht kann ich das auch gut anwenden bei meinen Sachen. Aber man muss auch für die, sag ich jetzt einmal, psychischen Ängste darüber reden können. Also, das ist meiner Meinung nach oder auch deine Meinung, dass man einfach über diese Dinge kommunizieren kann. Ja. Sicher auch. Also, runterschlucken und einfach nicht hinschauen ist, glaube ich, der falsche Weg. Wichtig ist es auf jeden Fall zu kommunizieren. Auch wenn man, gerade wenn man Ängste hat, die einem unangenehm sind. Und wenn man unterwegs ist, die andere vielleicht auch gar nicht wissen, dass man es kommuniziert und sagt, hey, du, pass auf, das ist meine Angst. Ich kann das vielleicht so jetzt nicht machen. Aber, ja, ich glaube, wie gesagt, du bist ein anderer Typ, ich bin ein anderer Typ. Ich gehe anders mit meinen Ängsten um. Und ich gehe anders mit meinen Ängsten. Aber was ich auch gelernt habe, und das möchte ich zum Schluss nochmal sagen, wenn du eine Angst hast, also jetzt spreche ich zum Beispiel von einer Bühnenangst oder zum Beispiel auch Bundyjumpen oder sowas und das geht alles super fein, ja. Du machst dich, also wenn du das durchmachst, machst du dich nur noch größer. Also, da hast du so einen Gewinn für dich selbst. Also, da bist du so geladen voller Euphorie und da glaubst du, du könntest Bäume ausreißen und jetzt schaffe ich alles. Und das ist wieder mal so ein richtiger, du hast wieder mal so einen richtigen Kick. Ja, und das ist halt schon cool. Und deshalb mache ich das dann auch. Also, warum ich auch gewisse Dinge, die ich als erster verneint habe, dann auch mache, mache ich aus diesem Grund, weil es mich einfach weiterbringt. Weil ich dann nicht einen Schritt zurück mache, sondern Schritte nach vorne mache, weil die Angst ist dazu da, dich klein zu halten. Also, dass du schön, schön unten bleibst und ja, nicht irgendwie rauskommst aus deinem Kästchen und sobald du rausschaust, kommt die Angst und du gehst wieder zurück. Aber sobald du dieser Angst näher kommst und durchgehst, dann ist sie vielleicht auch gar nicht mehr mehr da. Ich glaube, ich sollte mir diesen Podcast auch für mich selbst anhören, dass ich das genauso mache. Ja, ich denke nämlich auch gerade so drüber nach, weil für mich, bei mir hat eigentlich diese, weil ich vorhin gesagt habe, Angst mit Fremden zu reden. Bist du es auch durchgegangen? Ich bin es durchgegangen, indem ich ja auch, auch dieses Selbstständig, also dass nicht jemand für mich redet, sondern dass ich das machen muss. Und ich bin ja damals nach meiner Matura, bin ich ins Ausland, nach Neuseeland. Für zweieinhalb Jahre. Und da war ich ganz auf mich alleine gestellt. Also einfach diese Erfahrung, dass ich auf mich schauen muss, dass ich für mich reden muss und entscheiden muss, hat mich sicherlich durch diese Angst auch durchgebracht. Dass ich gemerkt habe, okay, ich kann es ja. Also ich brauche da jetzt nicht jemanden, der das für mich macht. Ja, da muss ich selbst einfach bestätigen. Aber trotzdem glaube ich auch, dass diese Angst wieder kommen kann. Das heißt, du brauchst immer wieder diese Erfolge. Du musst es immer wieder mal durchmachen. Glaube ich. Ich glaube auch, also wenn ich jetzt von der Bühne Angst spreche, die wird nie ganz weggehen. Und wenn die mal weg ist, dann wird es wahrscheinlich ein geschissenes Konzert oder ein geschissener Auftritt, weil du stehst so unter Adrenalin, dass du quasi dein Bestes gibst. Und das gehört einfach auch zu diesem Business, glaube ich, dazu. Ich glaube, Barbara Streisand hat sogar in einem Interview, hat sie mal gesagt, war die jedes Mal Spaden vor einem Konzert. Und das hat sich einfach nicht gelegt. All die Jahre, seit sie auf der Bühne steht. Natürlich für mich, überhaupt keine Hoffnung, aber ich weiß, was sie halt meint. Jeder fragt sich, warum tue ich das eigentlich? Und danach weißt du es. Also du musst die Dinge durchmachen, um weiterzukommen. Weil das Leben schenkt dir einfach nichts. Du musst dir das alles selber irgendwie erschaffen. Und erst wenn du diese Dinge angreifst und durchgehst, dann hast du quasi für dich deine Erfolge. Genau. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Nein? Nein. Nein, wir sind natürlich schon wieder... Das ist ein schöner Abschlusswort. Ja, das sind eine sehr interessante Folge. Ich werde mir die sicherlich noch am Schluss ein paar Mal anhören. Ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören heute und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Wir wünschen euch alles Liebe. Tschüss. 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 Tschüss.